Panik im Ziegenstall. Es ist wie wenn es um Leben und Tod geht du. Achtung! Du darfst nur nicht in die Ohren rein. Guck, guck. Ja, fein. Ich muss ja auch ein alter Bisschen von unten lassen. Ja, bleib mal klar. Welche? Nicht in die Augen, nicht in die Ohren, aber gut. Alles klar.